Zainab Hey, ich bin Anna. Und ich bin Zainab. Wir wollen euch heute ein ganz besonderes Projekt vorstellen, das Zainab gerne mit eurer Hilfe umsetzen möchte. Was hast du vor? Ja, also meine Vision ist halt so ein Musikbus, mit dem ich zu den verschiedenen Flüchtlingsunterkunden in Europa fahren kann und da halt Menschen mit Musik aktivieren kann. Ja, also ich bin ja Musiktherapeutin. Ich habe selber einen multikulturellen Hintergrund und habe immer gemerkt, wie Musik mir geholfen hat auf meiner Wurzelsuche und Identitätsfindung. Und ja, diese Erfahrung würde ich gerne teilen mit Menschen, die Hilfe brauchen. Darum habe ich dann Musiktherapie studiert in den Niederlanden. Da habe ich ein Konzept entwickelt und das habe ich auch schon in den Niederlanden, in Deutschland und auf der griechischen Insel Lesbos angewandt. Und es ist wirklich schön zu sehen, wie Menschen schaffen, durch Musik wieder Kontakt zu positiven Gefühlen zu haben. Was genau ist das für ein Projekt? Was machst du da? Ich habe drei Punkte, die sind mir besonders wichtig. Erstens, es ist ein transkulturelles Projekt und dabei finde ich es wichtig, dass jede Tradition mit Respekt behandelt wird, aber trotzdem jeder als ein gleichwertiges Individuum anerkannt. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, das ist ja ein Community-basiertes Projekt. Deswegen versuche ich Locals mit einzubeziehen, um Vorurteile abzubauen und Integration zu fördern. Was verstehst du unter dem Empowerment-Ansatz, den du benutzt? Also ich finde es ganz wichtig, dass man auf die Stärken der Menschen fokussiert. Und ja, ich will den Menschen einfach zeigen, wie sie Musik als eine Quelle erdecken können, aus der sie Kraft schaffen können und diese auch selbstständig anwenden können. Um meine Vision umzusetzen, brauche ich noch eure finanzielle Unterstützung. Ich brauche noch verschiedene Instrumente, wie zum Beispiel Gitarren, Mikrofone und Percussion-Instrumente. Und ganz wichtig, ich brauche da ein Fahrzeug, mit dem ich in die verschiedenen Unterkünfte fahren kann, europaweit. Wir alle wissen, wie kraftvoll Musik sein kann und mit eurer Unterstützung können wir so vielen Menschen wie möglich zeigen, wie sie aus dieser Quelle Kraft schaffen können. ... Musik ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017